Seit 2008 gibt es das sogenannte persönliche Budget und da können Menschen mit Behinderungen Geld bekommen, um sich die Hilfen einzukaufen, die sie sich selber wünschen. Das klingt gut, ist aber in der Praxis manchmal ziemlich schwierig. Informationen von Karin Meier. Peter Weinmann betreut psychisch kranke Menschen, die das persönliche Budget nutzen wollen. Er hat dafür die Anlaufstelle für selbstbestimmtes Leben in Saarbrücken gegründet. Sein Ziel, individuelle Hilfen außerhalb der Psychiatrie. Dabei unterstütze ich Menschen, zum Beispiel im Bereich Aufbau sozialer Kontakte, selbstbestimmte Alltagsgestaltung, auch solche innovativen Hilfen in Anspruch zu nehmen wie Tai-Chi-Kurse, VHS-Kurse, Gitarrenkurse. Ein Erfolg für Peter Weinmann. Er konnte mehreren Betroffenen weiterhelfen, doch damit ist nun anscheinend Schluss. Das Landesamt für Soziales hat gleich zwei seiner Anträge auf ein persönliches Budget abgelehnt. Letztendlich hat das Landesamt für Soziales uns mitgeteilt, dass alle diese Hilfen, die jenseits von dem klassischen ambulant betreuten Wohnen liegen, nicht mehr übers persönliche Budget finanziert werden können im Saarland. Das persönliche Budget werde im Saarland eingeschränkt. Das entspreche nicht der UN-Behindertenrechtskonvention, sagt Peter Weinmann. Das Landesamt für Soziales will davon aber nichts wissen. Amtsleiter Stefan Kolling sagte dem SR, es handele sich hier um die ersten zwei Fälle, die in seinem Amt abgelehnt wurden. Die medizinische Prüfung habe ergeben, dass weder ein Drachenkleidkurs noch ein Tai-Chi-Kurs im vorliegenden Fall die gesundheitliche Situation verbessern könne. Trotzdem gibt es weitere Fälle, in denen das persönliche Budget abgelehnt wurde. Der Verein Miteinander leben lernen hat das persönliche Budget genutzt, um für Jugendliche mit Behinderung Berufsorientierung anzubieten. Es gab bundesweit Gerichtsurteile, wo die Bundesagentur für Arbeit diese persönlichen Budgets für den Berufsbildungsbereich abgelehnt haben. Mit der Begründung, dass diese alternativen Maßnahmen nicht dem Standard einer Werkstatt für behinderte Menschen entsprechen. Inzwischen hat das Bundessozialgericht ein neues Urteil gefällt und das persönliche Budget zur Berufsorientierung zugelassen. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zögert dennoch. Man warte auf die schriftliche Ausführung des Urteils und wolle dann erneut prüfen. Das alles ist ein Ärgernis für Ilse Blug. Da müsste tatsächlich von den Behörden eine Einsicht da sein, dass das politisch auch vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention was ist, was angegangen werden muss, aktiv. Der saarländische Behindertenbeirat hat in Sachen Berufsorientierung und persönliches Budget bereits eine Resolution verfasst und Politik und Verwaltung aufgefordert, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Das war im vergangenen September. Geschehen ist Zeit ja nichts. Es ist der politische Wille, dass persönliche Budgets genutzt werden, um mehr Selbstbestimmung für behinderte Menschen zu erreichen und mehr Teilhabe. Und dann müsste ich als Behörde überlegen, und wie kann ich das fördern?